Braucht man dann ja nicht mehr, die Toolstation wahrscheinlich. Nö, die ist dann besser. Da kriegst du auch den Hammer dann drin bauen. Herzlich willkommen zurück zu Engineers mit dem trollenden Gorobai. Und dem nicht so trollenden Nephias. Ja, aber manchmal auch. Hast du jetzt... Stimmt, ich hatte ja Gold drin. Guck mal, das war gar nicht so blöd, dass ich das Gold da reingepackt habe. Boah, war gar nicht so blöd. Das war aber echt Zufall, dass ich das Gold da reingelegt habe. Echt? Ja, ich dachte mir so, hm, was legst du rein? Oh, Gold. So, das war jetzt so nicht... Ich hoffe, das Eisen vermischt sich nicht mit dem Gold. Kann das ja nicht, was soll es denn geben? Eisengold? Also manchmal glaube ich echt irgendwie... Dass ich was geraucht habe. Dass du... Ah, wenn es doch bloß nur geraucht wäre. Algorum macht jetzt grad die Stencils. Die ganzen Heads hier kann ich wegschmeißen, so die... Was? Wenn wir die fertigen haben, das ist doch egal, ne? Die... 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 die Krümeldinger, womit du die gießt... Ja, die kannst du wegschmeißen. Brauchen wir nicht, oder? Ne. Du hast mal Müll anmeldet, ich würde da nicht reinspringen. Jetzt fließt da alles so rein. Wenn du da runter gehst, hast du ein volles Invertar. Ne, vor allem, wenn ich da runter geh, haben die Monster bestimmt schon Eigenleben geführt und ein Dorf gebaut. Nicht ausgerüstet. Die Monster, die haben da unten die... die benutzen da, so die Steinwerkzeuge und so... Ja, ist so. Ist so. Wenn du da runter gehst, stirbst du erstmal, weil die alles schon fertig haben da unten. Die sind schon weiter als wir. Die Idioten schmeißen alles hier runter, das brauchen die ja selbst. So, was haben wir denn hier alles? Haben wir hier schon mal ein bisschen Cleanstone, das ist ja auch nicht verkehrt. Ich war immer noch mal überlegen, wie die Dings heißt, aber ich komme einfach nicht drauf. Materials & You brauchten wir, ne, als Buch. Crossbar-Pattern könnte auch nicht schlecht sein, ne. World Domination, hier ist das Falsche. Ich habe das Materials & You hier, wenn du brauchst. Hier liegen zwei in der Küste. Das ist aber das Falsche, ich suche das andere. Das hier? Ist das Mighty Smelting? Ich habe dir das Materials & You reingeschmissen. Das Rote oder das Braune? Rote. Okay, das brauche ich, weil es gibt noch ein braunes. Das ist ja das jetzt, wo die Rezepte für die Smeltery drin sind. Genau. Wie geht ein Hammer? Was brauchen wir für ein Hammer? Ein Hammerhead? Hammerhead habe ich. Large Plate? Äh, Large Plate? Das Creeper-Ding, das Creep-Ding, Creeper-Ding. Hab ich hier? Und ne Tough Rod. Und ne Tough Rod. Tough Rod. Äh, Tough Rod müsste... Tough Rod-Pattern, okay, habe ich auch hier. Kann ich mir eigentlich erstmal einen Hammer aus Stein bauen, ne? Reicht der erstmal? Äh... Ja. Dann muss ich das aber hier drin machen, ne, die Form. Ich... Warte, ich habe hier alles. Ich schmeiße nur so die Sachen, die ich schon zu Gold gemacht habe, kann ich alle wegschmeißen. Hm. Was ist los? Nix. Ich weiß nicht, wo das hinfließt. Ich will auch nicht gucken gehen. Okay, das mit dem Hammer klappt schon mal nicht. Stone. Und das mit dem Large Pattern passt auch nicht, also in den Creeper-Kopf. Nur die Tool Rod passt. Wie hinde ist das denn? Das ist das Large Pattern. Ich schmeiße das mal beides hin. Tool-Stay-Sh... Achso. Ja, hier habe ich doch eine. Zack. Wie... Wie hast du das jetzt gemacht? Zack. Du brauchst acht Steine für eine. Achso. Achso. Zack. Und ein Tough Rod. Hast du auch? Ist hier in der Dings-Pattern-Kiste schon drin. Ah, liegt der hier direkt dran links. Äh... Tough Rod Cast. Kann ich da einfach das Gold nehmen? Nee, das geht nicht. Nee, du musst das gießen nochmal. Nee, ich brauche das Holz Ding dafür. Nee. Doch. Das habe ich ja bei allen anderen jetzt auch mit dem Holz Ding gemacht. Ich geh rein. Ich mach's selbst. Hab schon. Ich hab... Nee, du hast... Das ist Tough Rod, ne? Das ist Tough Rod. Ja, nimm beide mit. Wenn wir Steinsachen... Oh nein. Das hätte ich nicht gemacht. Das war die Seide, in die ich nicht reinspringen wollte. Oh nee. Zack, zack, zack. Also braucht man die Holzdinger doch noch? Ja, bitte. Ich hab auch einen Stone Tough Rod schon fertig, das heißt, ich kann den jetzt bauen. Du hast nämlich den fertigen hier runter... kaputt... weggeschmissen. Aha. Hab ich das getan, wa? Hast du. Ähm... Wir brauchen aber noch einen Tisch, ne? Da fehlt noch einer. Welcher denn? Der... Der... Die... Die Metallversion davon. Stimmt. Warte mal. Station... Nee. Hä? Äh... Tool Forge, meinst du? Tool Forge. Genau. Wie geht die? Hast du vier Blöcke aus Eisen? Sind noch da, ja. Seared Bricks könnte eng werden. Aber wir haben genug Clay eigentlich. Seared Bricks? Drei Stück brauchen wir noch. Dann. Clay haben wir. Das haben wir. Wir brauchen noch Sand. Ich hole mal eben Sand. Oder Eisen ist auch noch da. Hast du eigentlich keine Seared Bricks mehr gehabt? Nee, nee. Habe ich alle verbaut. Ähm... Ich hole mal eben Sand. Ordentlich viel. Ja, ist ja egal wo du's... So... So, und so vergeht ja auch die Zeit hier in Minecraft Land, ne? In Minecraft Land? Ich hasse die Wasserphysik, siehst du echt. Die Wasser was? Die Wasserphysik, siehst du echt. So. It's real. Okay. Dann machen wir jetzt Kraut. Kraut machen wir jetzt Kraut. So. Ansonsten hätten wir auch einfach die Seared Bricks da oben abbauen können. Ist ja egal gewesen. Ja, das ist ja... Na gut, aber... Ich denke, wir können die Schmelze ja eh nochmal ein bisschen höher bauen. Ja, ja, aber jetzt für einen Notfall hätten wir die auch eben. Ja, hätten wir... Hätte, hätte, Fahrradkette. Na, da. Sagst du was? Ich hab gesehen bei dir in der Aufnahme, das Biom hier, wo wir jetzt gerade rumlaufen, bei mir ist die Erde braun und bei dir ist sie grün. Echt? Ja, bei mir ist das so ein bisschen verdorrt, das Land, wie oben auf der Karte. Bei mir ist das auf der Karte grau alles, sehe ich gerade. Ja, so braun, graulich, ne? Ja, eher grau. Naja, ähm... Toolforge, vier Eisenblöcke brauchen wir noch. Ja, sind in der Küste und Eisen ist auch noch in das Schmeck... Und wo hast du die Seared Bricks jetzt hingetragen? Äh, die sind im Ofen, die backen gerade. Achso. Wenn's dir zu lang sind, dauert, baut die oben ab auf dem Ding und dann sind ja hier neue drin, ist ja egal. Nö, es passt ja. Muss halt warten bis 8 fertig sind. Hier passt doch nicht. Da liegt er. Äh, was brauchte ich jetzt? Die Toolstation, ne? Du brauchtest die Toolstation, genau. Braucht man dann ja nicht mehr, die Toolstation wahrscheinlich. Nö, die ist dann besser. Da krie- da krie- da kann- äh... Da kannst du auch den Hammer dann drin bauen. Da hat's alles gehangen jetzt. So. Zack. Zack. Guck's dir an. Hat er nen Hammer. Hat er Hammer, ey. Moos haben wir noch nicht, ne? Aber warte mal, Moos kommt man ja aus dem Eimer machen und äh... Im Wasser. Jaaaa. Jetzt kommt alles wieder hoch. Die Erinnerungen kommen wieder hoch, ey. Ich werd das Eisen einfach wieder in Blöcke gießen, oder? Ja. Sonst, haben wir noch nen Eimer sonst? Ich hab grad beide Eimer, warte. Hier, ich schmeiß den raus. Ne, den kannst du behalten. Mach mal einfach selber einen hier aus dem Eisen. Ich hab doch zwei! Was? Ich hab doch zwei. Ja, ist jetzt egal. Aber mich anfurzen, dass ich den Abbaus baue. Das war aber auch. Also, das war ja auch. Verschwendung! Unterste Schublade, ey. Und warum machst du die Öfen wenigstens nicht aus der Crafting Station raus, dann? Jetzt warte doch! Bin doch noch nicht fertig. So. Jetzt macht der sich hier Eimer. Sollen wir uns das schon mal hinlegen, oder? Bevor die Zombies alle kommen? Okay. Wagt bei dir das Schlafen auch so rum? Nur manchmal, dann musst du aufstehen und noch mal hinlegen. Nee, nee, ich mein, dass du dich von innen siehst. Ach so, ja. Ich hol einfach noch mal ein bisschen Lava aus dem Nether. Sicher? Ja. Oh, warte, ich wollte noch ein bisschen Stein mitnehmen dann. Bist du dir da sicher? Ich wollte mir da so einen kleinen Weg bauen. Einen nicht brennbaren Weg. Das habe ich so jetzt nicht gesagt. Äh, fuck, wie ging das denn mit dem... Ach so, da rein wahrscheinlich. Ja, das ist Cobblestone. Ding, 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 ding. So, ich habe jetzt einen Moss-3-Hammer. Ja, das war schön für dich, ne? Danke, dass du mir auch einen gemacht hast. Ach, Gehäuse und Heuer. Mach dir jetzt auch einen. Weißt du? Weißt du? Kannst du gleich aus Metall machen. Ach so! Hättest du das aber auch machen können. Ach. Ich brenne wieder. So. Hat er extra gewartet, bis ich fertig bin, weißt du? Hättest du doch gleich von Anfang an machen können. Lässt nix, lässt nix. Ja, vielleicht würdest du lieber eine Spitzhacke haben. Das wäre auch nicht schlecht. Aha. Aber dann würde ich gerne... Wobei... Hm. Ja, was? Ich dachte so, was brauchen wir noch für Vanillin? Stahl. Aber Osidian, ne? Da brauchen wir nur Stahl eigentlich. Weil Vanillin kannst du ja mit Stahl abbauen. Wo viele sich doch das harte Alumin machen, diesen rosa Stahl und da Ewigkeiten für brauchen. Und die schlauen Menschen sich einfach eine Stahlspitzhacke nehmen. Und einfach da mit abbauen. Sagtest du gerade, dass du einer der schlauen Menschen bist? Also ich hab das immer gemacht. Andere sind immer am ewigen Alumin rumschmelzen und murksen da mit dem Kack rum. So. Wie ich brauche. Äh. Wo ist das Creeper-Gesicht? Oder hast du es noch nicht in Gold gegossen? Ne. Gut. Ah ne, warte mal. So nicht. Jetzt seh ich fast was falsch gemacht. Ähm. War das hier überhaupt der richtige Weg? Weiß nicht. Ich bin grad am Gucken. Isar am Gucken. Na da runter müssen wir ja irgendwie. Weiß gerade nicht mehr wie wir letztes Mal gelaufen sind hier im Nader. Verfolge deine Brandspuren zurück. Also das, das verbiete ich mir jetzt. Versetz dich mal in deine Lage. Hahaha. Ne, da wird aber nicht schlecht. Wo würde, wo würde Goro bei er brennen? Wo würde ein Goro bei jetzt brennen? Jetzt muss ich da wieder Eisen schmelzen. Ist doch drin, oder? Ja, nicht mehr genug. Nicht für deinen Hammer. Ah, da sind noch Ohrs ohne Ende. Na gut. So. Freunde. Ähm. Ähm. Ich brauche auch noch. Den Hammerhead hast du auch noch nicht gegossen. Okay. So. Das Tuffrod glaube ich auch nicht. Doch, den hast du. Okay. Ähm. Tuffrod, Hammerhead. Ja, das war's. Okay. Wo sind wir denn damals lang gegangen? Keine Ahnung. Verlauf dich aber bitte nicht. Ne, ne. Das sowieso nicht, aber. Ich hätte dir meinen Stab mitgeben sollen. Ja, wir, 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 wir sind doch irgendwie runtergekommen, ohne dass ich hier irgendwie doll hochbauen muss. Ja, wir sind ganz, wir sind, äh, wir haben uns doch irgendwo einen Kackstift gemacht. Am Tor direkt, äh, am, am Portal. Ja? Da sind wir unten gewesen und da sind wir eigentlich einfach hochgegangen. Da hast du dich auch hochgebaut. Da hast du noch gesagt, warum baust du dich alleine hoch, du Sack? Stimmt. Jetzt wo du es sagst. Aber dann muss es die andere Seite sein. Jetzt kommt die Erinnerung wieder hoch. Als die, wo ich jetzt runtergegangen bin. Oh ja, da ist, ja, stimmt. Da buddel ich mich halt wieder runter. Ich bin jetzt mit dir den anderen Weg gegangen. Ach ja, hier oben war irgendwo da. Erstmal hier die brennende Erde wegmachen. Oh nein. So, so, so. Wow! Bitte nicht sterben. Oh, ein pinker Creeper. Ja, das ist Facts. Oder war der, hieß der auch anders? Der hieß, glaub ich, auch anders. Der sah ganz anders aus. Okay. Jetzt hab ich Angst. Ich hör'n Ghast. Oh, ein Ghast hatte ich noch gar nicht gesehen. Jetzt hab' ich Angst. Äh, jetzt hab' ich Angst. Äh, zack, zack. Müsst du das Portal mal safe bauen bei Gelegenheit? Willst du Repair 3 oder 2? 2 reicht. 2 bin wieder da. 2 bin wieder da. Ja. Dankeschön. Ich füll' einmal die Schmelze auf. Dankeschön. Hat er Schiff gedrückt. Du hast'n Hammer, äh, irgendwie mit. Dankeschön. Hat er kurz Schiff gedrückt. Kann aber passieren. Wie krass du Angst kriegst. Der Hammer ist ja gar nicht so cool. Der kann ja nur einen Block weg machen. Hä? Ja, bei Erde. Bei Stein macht der 3x3. Echt? Ja. Bist du dir jetzt da sicher? Ja, ich bin grad bei Stein und baue grad 3x3 ab. Okay. Die Schaufel macht bei Erde 3x3. Die Tinkers Construct Schaufel oder was? Richtig. Dein Auto Repair hat er wahrscheinlich auch nur über Stein, oder? Was? Die Auto Repair funktioniert wahrscheinlich auch nur über Stein. Hä? Dein Werkzeug repariert sich von alleine, heißt das. Ja, aber es nutzt dich gerade ab, trotzdem. Ja, ja, klar. Aber du musst das Werkzeug dann einfach nur draußen haben. Am Tageslicht und dann repariert sich das von alleine. Achso, das wusste ich nicht. Ja. Mensch, Goro. Dann hast du zuletzt Tinkers Construct gehabt, ey. Nur Ewigkeiten her. Trust and Betray hieß das Projekt, glaub ich mal. Bei Horizon hast du auch Tinkers Construct drin. Nee. Nicht? Doch, stimmt, hab ich doch. Aber da hab ich's nicht richtig benutzt. Da hab ich eh alles noch nicht so richtig benutzt. Nix benutzt da, ey. Na, auf jeden Fall kann man genug Stein jetzt kloppen. Ja, ich bin auch gerade voll dabei, ey. Wie wir uns ein Haus bauen können. Aber ich Idiot hab keine andere Spitzhacke mitgenommen. Das ist natürlich doof jetzt. So, die Folge ist aber auch wieder zu Ende. Ja, warte. Okay, bin raus. Na, ich würde sagen, ähm, schalte in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder ein. Es kann spannend werden. Es kann. Es muss aber nicht. Alles kann, nichts muss. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.